Hm, Schenkel. Schöne neue Welt. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Läuft sie. Okay, sieht gut aus. Gut, wir lassen es dabei. Äh, natürlich nicht. Scannerbereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich vom Westen. Nicht angreifen. Hoppala. Hoppala. Okay, sieht gut aus. Scannerbereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich vom Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Ich bin ein scheiß Köter. Schalt sie aus. Sicher. Die dritte Gruppe auf 20. Augen auf. Okay. Gollum. Was? Nein. Spaß. Bereit halten. Was ist los? Ruhig, Riley. Willkommen daheim. Oder was davon übrig ist. Zuhause ist da, wo dein Herz wohnt. Na los. Weiter. Locker 6. Hier ist Viking. Näher in unsere Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung. Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivitäten. Das war mal unser Haus hier. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Sicher. Oh Mann, hier hat sich so einiges getan. Hey. Sieh dir das an. Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Das heißt wohl, wir sollen weiter machen. Das, das war's schon. Bisschen mehr Emotion. Alte Bilder. Nicht, wie du dich daran erinnerst, er. Nicht so sehr. Na los. Das war's jetzt schon. Er hätte mal wesentlich mehr Emotionen reinknallen können. Ganz vorsichtig. Ich geh voraus. Das war's. Wo ist er denn? Na dann. Sch, 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 sch. Hey, Goethe. Hey, Goethe. Gut, die Veste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leidest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Den Namen zuerst ausschalten. Den Namen zuerst ausschalten. Nett. Wo ist der andere hin? Versuch seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Oh. Da ist er. Den schnapp ich nicht. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler. Ich sehe noch drei Gestalten. Warte. Ein Scharfschützer auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay. Zuerst die Wache ausschalten. Alles sicher. Gut gemacht, Riley. Ja, weil dich Riley jetzt auch gehört hat, du Follower. Hi, Süßer. Drinnen sind noch welche. Vor mir hin. Ich habe keine Waffe in der Hand. Geht. Reilly. So. Sicher. vor allem wie immer noch freudig guckt guck mal der hat ein zuckendes Bein oh Embryonalstellung nachladen fress ihn wo sind sie tot von oben ihr blöden Hammelfiecher was wohl für Trümmer hab ich in die coole Aktion jetzt hier geklaut so einmal im Rutschen jemanden töten es gibt bestimmt einen Erfolg von 800 GameScore Punkte er macht's nicht hü-hü-hü-hü hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü hü-hü-hü-hü hü-hü-hü-hü-hü-hu hü-hü-hü-hü-hünhü hü-hü Wing- Pacific im Rutschen zwei Darbzeiter gekill me 하면 bereits hü-hü-hü-hü-hü keine Azul Ich glaube, ich habe es ein bisschen leicht eingestellt, wa? Die sterben ganz schön schnell, die Viecher. Da eine Stufe höher machen sollen. Hui! Bei sowas lächerhaften Rutsch, du? Die Spuren sind frisch. Sie sind wohl hier lang. Sieht viel zu langsam aus, wenn er so läuft. Total falsche Animationen mit der falschen Geschwindigkeit kombiniert. Die Fahrzeuge wehren sich nach rechts. So, achte. Sie soll passieren. Kontakt 10 Meter. Hunden in rechts, ausschalten! Nein! 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 Was ist das da? Die Spuren sind frisch. Sie sind wohl hier lang. Was für ein Scheiß. Fahrzeuge nähern sich nach rechts. Was ist er überhaupt? Wo ist Riley? Und wo ist meine Mutter? Da! Brumm, brumm, vor dem Fahrt ging es der Jäger. Überflieger! Ey, du kannst doch jetzt hier nicht parken, Kollege! Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Deswegen bewege ich mich einfach mal schleichend vorwärts. So, wir sprinten mal vorwärts hier. Perfekt. Warte. Nachzügler da rechts. Zwei Uhr. Ausschalten. Ja, ich weiß. Guter Treffer. Unten bleiben. Mir folgen. Wieso wurden wir ja entdeckt? Ich habe nur zwei Leute geohnt. Ach ja, komm. Meine Mutter ist frisch. Sie sind wohl hier lang. Fahrzeuge nähern sich nach rechts. Sehr harte. Sie sollen passieren. Was soll schon passieren? Ach, 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 ach. Nicht so scheiße. Das kann ich sein jetzt. Ja, Leute, ich mache es jetzt genauso, wie das Scheißspiel es haben will, weil ich zu blöd bin, meinen eigenen Weg zu finden. Ich bin als Spieler einfach zu blöd und daher muss das Spiel mir alle Einzelheiten speziell durchgeben. Sonst würde ich mein Gehirn zu überfordern, sonst würde ich mein Gehirn zu überfordern und sterben einfach nur. Ich würde sterben. Sofort sterben. Muss ich sagen. Dass ich überhaupt Minecraft überlebe, ist unglaublich. Spacken, Alter, ey. Können Sie sich zu mir kotzen, Alter. Darf ich jetzt? Ja. Ich bin vor dir und jetzt habe ich was falsch gemacht. Ich bin schließlich vor dir. Stalker hat mein riesiges freundliches Lager genau vor uns. Sehen uns das mal an. Mit Riley synchronisieren. Mit Riley synchronisieren. Ach ja, schön hier. Ist gemütlich. Ah, ich habe was vergessen. Ich soll mich mit Riley synchronisieren. Dieses auffällige Leuchten ist mir auch gar nicht aufgefallen. Und los geht's. Vor allem, woher soll Riley jetzt wissen, wo ich lang will? Nicht vergessen, langsam und vorsichtig. Riley in Gras verstecken. Und los geht's. Um... außer sicht bleiben du hast eine der wachen alarmiert das war meine absicht das sollte klappen Wohoho! Es war ein Konfliktgefetzter! WTF? Fuck! Hohe Feindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Zieh dich um, ob du irgendetwas finden kannst. Nebelbelbel! Für sich ist das Spiel nicht so schwierig einzutreiben. Wir sind ehrlich ganz genau gefördert für Machtvoll. Und dass mir so mal eine Seite runterläuft, dann ist das nicht so schlimm. Boah Leute, ernsthaft?